Thais.ch ist ein Online-Magazin, oder besser gesagt die grösste Schüler- und Studentenzeitung der Schweiz. Über 30 Jugendliche und junge Erwachsene arbeiten jede Woche mehrere Stunden daran, dass andere Jugendliche und junge Erwachsene Geschichten in Form für die junge Generation lesen können. Also wir sind kein Ersatz für 20 Minuten oder SRF, sondern bei uns geht es viel mehr darum, noch ein zusätzliches Angebot zu schaffen, wo sich die Jugendlichen darüber austauschen können, was sie momentan gerade bewegt, was sie momentan gerade interessiert. Und die Beiträge sind überhaupt keine Grenzen gesetzt. Das kann etwas Poetisches sein, das kann etwas Aktuelles sein, es kann ein Kommentar sein, es kann ein Interview sein. Aber wichtig ist einfach, dass der Redakteur, dass die Redakteurin, die das schreibt, oder das freiwillig schreibt, das Thema auch interessiert. Und deswegen ist das bei uns eigentlich die Hauptvoraussetzung, dass etwas angenommen wird und publiziert wird. Ich habe die Heiß.ch vor mehr als einem Jahr gegründet und zwar aus dem Grund, dass Jugendliche wirklich selber Medien machen können. Wir haben so viele Medien in der Schweiz, aber das Mitmachen wird immer schwerer für die junge Generation, auch aufgrund von Sparmassnahmen. Dementsprechend ist es sehr wichtig, dass sich Leute, die sich für Journalismus interessieren, irgendwo noch ein Einstiegsbrett haben in die Journalismuswelt oder in die Medienwelt. Ausserdem, es macht so viel Spass, wenn wir eine tolle Geschichte haben auf teils.ch. Und dann hören wir am nächsten Morgen, wie auf dem Pausenplatz irgendetwas geredet wird. Das sind auch die Feedbacks, die unsere Redakteurinnen und Redakteuren richtig motivieren, um weiter zu arbeiten und um neue Sachen zu schreiben. Aber wir haben natürlich bei heiß.ch auch Jugendliche dabei, die das eben wirklich rein als Hobby machen, weil es einfach wirklich Spass macht, zum Beispiel auch neue technische Geräte zu testen und nachher darüber zu schreiben und es eigentlich gar nicht so darum geht, später das für die Zukunft eigentlich einmal zu machen. teils.ch kann man lesen im Internet unter www.teils.ch oder via unsere kostenlose App im App Store, die auch teils heisst. Wir freuen uns über jede Leser. Es ist auch für Erwachsene zum Teil sehr spannend, was die Jugend im Moment bewegt. Teils.ch erreicht monatlich bis zu 15'000 unterschiedliche Leserinnen und Leser. Im Dezember hatten wir sogar über 15'000. Zusätzlich sind wir aber auch auf dem Bildschirm von PassangerTV präsent im öffentlichen Verkehr und dort erreichen wir durchaus ein grosses Millionenpublikum. Und wenn man natürlich dann am Morgen selber im Postauto in die Schulfahrt und nachher sieht man es auf dem Bildschirm, die eigenen News-Mitteilungen, also die eigenen Inhalte von teils.ch, dann ist das schon einfach ein unglaubliches Gefühl. Und wegen dem sind wir sehr erfreut, dass wir diese Partnerschaft haben können eingehen.